Ah, Sie wollen also noch mehr über die Neerode Rechtskonkurrenz erfahren. Dann sind Sie hier genau richtig. Es heißt heute Neerode Rechtskonkurrenz Teil 2. Aber keine Angst, ich hoffe, es wird alles in leicht verdaulichen Häppchen serviert werden und Sie werden keine Probleme haben dabei, diesen Teil auch noch zu verstehen. Und wir werden tatsächlich einige sehr nützliche und wichtige Eigenschaften von regulären Sprachen dabei verstehen und kennenlernen. Herzlich willkommen erst mal zurück. Mein Name ist immer noch Markus Krötsch. Sie sind bei der Videoreihe zum Thema Formale Sprachen und Automaten. Aber das wissen Sie hoffentlich schon, denn ich gehe mal davon aus, dass Sie die letzten drei Videos zumindest auch angeschaut haben. Ansonsten wird Ihnen das etwas unzusammenhängend erscheinen, was ich hier erzähle. Ich hatte beim letzten Mal ja schon einiges zum Thema Minimierung von Automaten erklärt. Wir hatten einen Algorithmus kennengelernt, mit dem man endliche Automaten minimieren kann, was eine offenbar sinnvolle Tätigkeit ist, da sie dadurch kompakter und einfacher werden. Dazu hatten wir uns eine Äquivalenz von Zuständen in Automaten angeschaut. Hier ist nochmal alles ein bisschen zusammengefasst als kleine Gedankenstütze, natürlich ohne die vollständigen Details, aber wenn Sie die Videos gesehen haben, dann erinnern Sie sich hoffentlich jeweils daran, wie das funktioniert hat. Wir haben also für einen solchen Automaten die Äquivalenz von Zuständen ermittelt, indem wir einen Algorithmus verwendet haben mit dieser Halbtabelle. Und mithilfe dieser Äquivalenz konnten wir dann die Äquivalenten-Zustände zusammenziehen und dadurch diesen Quotientenautomaten bilden, der in der Regel weniger Zustände hat als das Original. Außer das Original war schon minimal, dann bleibt alles wie es ist und die Zustände ändern höchstens ihren Namen. Und mithilfe dieser Konstruktion haben wir letztlich den reduzierten Automaten MR definiert, der noch einen weiteren Schritt verlangt, nämlich, dass man zunächst alle unerreichbaren Zustände entfernt, bevor man dann diese Quotienten-Konstruktion durchführt. Und auf diese Art kann man also einen, wie ich behauptet habe, minimalen, kleinstmöglichen Automaten für die Sprache des Automaten finden. Es bleibt aber noch einiges dazu zu beweisen und das ist der Grund, warum wir uns weiterhin mit der Neroad-Konkurrenz beschäftigen wollen heute. Auf dieser Folie habe ich Ihnen auch nochmal zusammengefasst, was wir bisher mit Äquivalenzrelationen angestellt hatten. Wir hatten zwei verschiedene Äquivalenzrelationen angeschaut, die sehr ähnliche Ideen zugrunde liegen hatten, die man aber natürlich auch nicht verwechseln sollte. Je mehr man ähnliche Dinge einführt, desto leichter ist es, auch wieder durcheinander zu kommen. Deshalb wollte ich Sie hier nochmal nebeneinander stellen, damit Sie klar die Ähnlichkeiten und auch die Unterschiede sehen. Das obere ist die Zustandsequivalenz, die wir für die Minimierung verwendet haben. Die hatte ich gerade schon angesprochen. Das ist eine Relation auf Zuständen, bei der zwei Zustände immer dann äquivalent sind, wenn die Sprachen, die man erhalten würde, wenn man diese Zustände jeweils als Startzustand verwenden würde, genau die gleichen sind. Also mit anderen Worten, für alle Wörter W gilt, von Q angefangen wird W akzeptiert, genau dann, wenn von P angefangen W akzeptiert wird. Das war, wie gesagt, für die Quotientenbildung. Die zweite Äquivalenzrelation, die wir gesehen hatten, ist eine auf Wörtern definierte Äquivalenzrelation, also nicht auf Zuständen, sondern über diesem Kreuzprodukt hier von Sigma-Stern. Diese Äquivalenzrelation kann natürlich als Menge von Paaren betrachtet viel größer sein. Die hier oben muss immer endlich sein. Es gibt nur endlich viele Zustände, während die hier unten in der Regel unendlich sein wird, da es unendlich viele verschiedene Wörter gibt. Die Definition sieht aber letztlich gar nicht so unterschiedlich aus. Wir sagen, dass zwei Wörter äquivalent sind, wenn sie als Präfixe in jedem Wort der Sprache gegeneinander ausgetauscht werden können. Das heißt, wenn ein Wort mit U beginnt und in L liegt, dann kann ich U genauso gut durch V ersetzen und das Ergebnis liegt immer noch in L. Also das heißt, wenn man einmal U bzw. V verarbeitet hat, ab diesem Moment wird der Rest der Verarbeitung immer die gleichen Ergebnisse bringen, wenn ich mir das als eine Verarbeitung vielleicht im Sinne von endlichen Automaten vorstelle. Natürlich haben wir hier allerdings keinen Automaten, sondern diese Relation haben wir einfach nur auf einer Sprache definiert, ohne dass wir einen Automaten gegeben haben, der diese Sprache kennt. Wir wissen vielleicht noch nicht einmal, ob es überhaupt einen solchen Automaten gibt, denn das kann man tatsächlich über allen Sprachen definieren. Es gibt hier keine Notwendigkeit, dass man das nur für reguläre Sprachen macht, wo man Automaten in unserem Sinne leicht finden kann. Diese Neerode-Konkurrenz ist sehr wichtig. Man verwendet sie, um erst mal Automaten-unabhängig Sprachen zu analysieren und außerdem, wie wir dann noch sehen werden, um minimale Automaten zu konstruieren, ohne dass man überhaupt irgendeinen Automaten initial gegeben hat. Okay, gut. Und was ich jetzt in diesem kleinen Video machen will, ist noch eine weitere wichtige Eigenschaft der Neerode-Konkurrenz zu zeigen, nämlich die Eigenschaft, dass wenn L eine reguläre Sprache ist, dass dann die Konkurrenz für L endlich viele Äquivalenzklassen hat. Wir hatten beim letzten Mal ja verschiedene Beispiele gesehen und wir haben gesehen, es gibt Sprachen, bei denen man endlich viele Äquivalenzklassen erhält, es gibt aber auch Sprachen, bei denen man unendlich viele Äquivalenzklassen erhält. Und dieser Satz sichert uns dann zu, dass für die Fälle, die uns momentan interessieren, nämlich die regulären Sprachen, immer die Zahl der Äquivalenzklassen endlich sein wird. Für diese Zahl haben Sie vielleicht auch in anderem Zusammenhang, vielleicht in einer Mathevorlesung, schon mal den Begriff Index gehört. Also ganz allgemein nennt man die Zahl der Äquivalenzklassen einer Äquivalenzrelation den Index dieser Äquivalenzrelation. Das heißt, wir zeigen hier, reguläre Sprachen führen zu Nirod-Rechtskonkurrenzen von endlichem Index. Okay, wie können wir das jetzt zeigen? Im Prinzip ist die Intuition, die wir hatten, gerade eben in der Erklärung schon ziemlich gut. Wenn man sich vorstellt, dass zwei Wörter in der Nirod-Konkurrenz äquivalent sind, wenn man, nachdem man sie einmal eingelesen hat, ab da das gleiche Verhalten hat. Also das heißt, nachdem U bzw. V verarbeitet wurde, wird der Rest der Verarbeitung immer parallel laufen oder wird das gleiche Ergebnis erzeugen. Und ich hatte schon gesagt, es gibt hier natürlich keine Verarbeitung, aber wenn L eine reguläre Sprache ist, dann könnten wir uns ja auch vorstellen, dass wir einen Automaten benutzen, um sie zu verarbeiten. Alle regulären Sprachen haben ja irgendeinen Automaten, der sie erkennt, das wissen wir schon. Das haben wir in den vergangenen Videos gezeigt. Und das heißt, in diesem Fall können wir uns das wirklich so vorstellen, dass es einen Automaten gibt, der die Sprache verarbeitet, der vielleicht den Anfang der Wörter U und V einliest und ab einem bestimmten Punkt dann das gleiche Verhalten zeigt. Und das wird der Ansatz, um diese Endlichkeit hier zu beweisen. Um das zu tun, muss ich aber zunächst noch eine Äquivalenzrelation einführen. Keine Sorge, das ist dann die letzte in diesem Video zumindest. Hier in dem roten Kasten steht es. Wir gehen davon aus, dass wir einen endlichen Automaten für die Darstellung von L haben. Und für diesen Automaten definieren wir jetzt eine Äquivalenzrelation, die ich so nenne. Das ist so ein geschlängeltes Gleichheitszeichen mit einem tiefgestellten M. Das heißt, das deutet schon darauf hin, es ist so ähnlich wie die Neroad-Konkurrenz, aber jetzt nicht bezüglich einer Sprache, sondern bezüglich dieses Automaten. Es ist auch wieder eine Äquivalenzrelation auf Wörtern. Das heißt, zwei Wörter in dieser Sprache können äquivalent sein oder eben nicht. Und die Definition ist jetzt ganz einfach. Wir sagen U und V sind äquivalent bezüglich der Relation, wenn die Zustände, in die man kommt, wenn man vom Startzustand aus U beziehungsweise V einliest, gleich sind. Also die Wege dorthin können sich unterscheiden, aber nachdem ich U gelesen habe, nachdem ich V gelesen habe, lande ich im genau gleichen Zustand dieses Automaten M. Und wenn das so ist, dann ist natürlich klar, dass ab dort das Verhalten sich gleichen wird. Alles, was jetzt noch kommt, wird auf die gleiche Weise interpretiert. Und ob ich am Ende in einem Endzustand lande oder nicht, wird nicht mehr davon abhängen, ob ich mit U oder mit V bis dahin gekommen bin. Und da sehen wir schon, dass das im Geiste ziemlich nah ist an der Idee von dieser New Road-Konkurrenz, die also sowas ähnliches fordert, auch von U und V, dass also beliebige Suffixe, die danach noch folgen können, das gleiche Akzeptanzverhalten zeigen. Ich habe die ganze Zeit schon behauptet, dass das eine Äquivalenzrelation ist. Das kann man auch sehr leicht sehen. Die Eigenschaften Reflexivität, Symmetrie, Transitivität erbt diese Relation einfach direkt von der Gleichheit. Also die Definition sagt ja, dass diese Äquivalenz entspricht der Gleichheit von zwei Dingen, die bestimmt sind durch die rechte und die linke Seite in dieser Relation. und alles, was für Gleichheit gilt, gilt damit auch unmittelbar für diese Relation. Okay, also es ist eine Äquivalenzrelation. Außerdem sehen wir ganz leicht, sie hat einen endlichen Index. Das liegt einfach daran, dass diese Ausdrücke, die hier links und rechts stehen, gleich sind zu einem Zustand. Und es gibt eben nur endlich viele Zustände. Das heißt also, jedes Wort, was man im Automaten einlesen kann, muss letztlich irgendeinen dieser endlichen Zustände auswählen oder ansteuern, nachdem es eingelesen wurde. Und aufgrund dieses Zustands ist es dann äquivalent zu vielen anderen Wörtern, die man auch einlesen könnte, vielleicht um da hinzukommen. Aber es kann nur so viele Äquivalenzklassen geben hier, wie es verschiedene Zustände gibt. Vielleicht auch weniger, wenn ein Zustand nicht erreichbar sein sollte. Im Übrigen steht das hier nicht dazu, aber der Automat, mit dem ich arbeite, sollte total sein, damit das wirklich gut funktioniert. Wir wollen nicht, dass es für ein bestimmtes Wort undefiniert ist, was hier herauskommt, weil das dann vielleicht nicht klar wäre, was wir mit Gleichheit meinen. Natürlich heißt undefiniert, wenn man den Automaten total macht, letztlich, dass dieses Wort uns in einen Fangzustand führen würde. Und dieser Fangzustand ist dann der Wert für das, was vorher undefiniert war. Also insofern könnte ich auch gleich sagen, wenn es auf beiden Seiten undefiniert ist, dann sehe ich das auch als gleich an. Aber es ist ein bisschen unorthodox, wenn man das so angeht. Also undefiniert ist nicht gleich undefiniert. Insofern lassen Sie uns lieber annehmen, wir haben einen totalen DFA hier, dann haben wir solche Sorgen überhaupt nicht. Okay, das heißt, jetzt haben wir diese zusätzliche, diese dritte Äquivalenzrelation und die ähnelt sehr der Nirold-Konkurrenz. Es ist auch eine Relation auf Wörtern und sie hat ganz ähnliche Ideen zugrunde liegen. Und dementsprechend können wir jetzt auch zeigen, dass diese beiden Relationen sehr eng miteinander verwandt sind. Nämlich, dass die Automatenrelation, unabhängig mal davon, mit welchem Automaten wir starten, eine Teilmenge ist der Nirold-Konkurrenz. Was heißt das Teilmenge? Naja, binäre Relationen sind Mengen von Paaren und das heißt einfach, jedes Paar von Wörtern in dem Fall, was in Beziehung steht über diese Automaten-Äquivalenz, steht auch in Beziehung über die Nirold-Konkurrenz. Also, wie es hier steht, U Automaten-Äquivalent V impliziert U Nirold-Konkurrent V. Okay, das wollen wir jetzt zeigen. Und das ist eine relativ einfache Aufgabe, das zu sehen. Wir betrachten also irgendeinen Automaten M, der die richtige Sprache erkennt, also genau die Sprache L, die wir hier für die Konkurrenz nehmen. Und dann schauen wir einfach mal an, was wir ableiten können, wenn wir uns so eine Situation, wie hier in der Vorbedingung gegeben, anschauen. Also, wir wollen jetzt zeigen, wenn das gegeben ist, dann muss auch das gelten. Also, das können wir schon mal annehmen. Betrachten wir also beliebige Wörter U und V, die Automaten-Äquivalent sind. Dann wissen wir, dass diese beiden Wörter uns von Startzustand des Automaten aus zum gleichen Zustand bringen. Das ist die Definition dieser Äquivalenz gewesen. Dann bedeutet es aber auch, dass für alle Wörter, die man jetzt über dem Alphabet bilden könnte, der Zustand, den man erreicht, wenn man dieses Wort jeweils an U oder an V noch anhängt, auch der gleiche sein muss. Von dem Moment an, wo ich im gleichen Zustand des Automaten bin, werde ich auch mit jedem weiteren Zeichen immer im gleichen Zustand landen. Der Automat ist ja deterministisch. Was sollte sonst passieren? Okay. Das bedeutet aber auch, wenn ich in einem Endzustand lande, wenn ich W an U anhänge, dann würde ich auch in dem gleichen Endzustand landen, wenn ich W an V anhänge. Und das bedeutet, dass UW und UV die gleiche Zugehörigkeit zur Sprache haben. Entweder sind beide in der Sprache drin oder beide nicht drin. Das heißt, ich kann das so schreiben, UW ist in der Sprache des Automaten, genau dann, wenn VW in der Sprache des Automaten ist. Und das gilt weiterhin für alle Wörter W. Okay. Und was jetzt hier steht, ist letztlich ja nur die Definition der Nirod-Konkurrenz für die Sprache LM. Ja. Also wenn das für zwei Wörter U und V gilt, hatten wir gesagt, dann sind sie Nirod-Konkurrent bezüglich der Sprache LM. Und naja, die Sprache LM ist einfach die Sprache L, also kann ich das auch so schreiben. Und damit habe ich die Behauptung gezeigt. Das ist also das, was hier bewiesen werden sollte. Und wir wissen jetzt, die Automatenrelation ist spezieller oder ist, vielleicht sollte ich sagen, allgemeiner, ein bisschen schwierig, welches Wort hier das richtige ist, als die Nirod-Konkurrenz. Sie nimmt weniger Dinge als Äquivalent an. Aber alles, was Automatenäquivalent ist, muss auch Nirod-Äquivalent sein. Und das können wir jetzt nutzen, weil Sie erinnern sich, der Satz, den wir eigentlich zeigen wollen, handelte ja vom Index der Nirod-Konkurrenz. Wir wollen zeigen, es gibt nur endlich viele Äquivalenzklassen. Bisher wissen wir nur, dass diese Inklusion gilt. Und wir wissen aber natürlich auch schon, dass die Automatenäquivalenz endlich viele Äquivalenzklassen hat. Und das zusammen wird uns gleich das Ergebnis liefern. Denn es ist ja so, wenn diese Beziehung hier gilt, dann bedeutet das, dass jede Nirod-Äquivalenzklasse aus einer oder mehr Automatenäquivalenzklassen besteht. Also die Nirod-Äquivalenzklassen sind einfach nur Vereinigungen einer notwendigerweise endlichen Anzahl von Automatenäquivalenzklassen. Es kann niemals sein, dass eine Nirod, wenn Sie sich das jetzt mal als Menge vorstellen, mit Linien dazwischen, die die Äquivalenzen darstellen zum Beispiel, dann kann es niemals sein, dass eine Nirod-Äquivalenzklasse quer durch eine Automatenäquivalenzklasse schneidet. Also jede Automatenäquivalenzklasse ist immer vollständig in einer Nirod-Klasse enthalten. Manchmal sind es auch mehrere, die zusammen eine Nirod-Klasse bilden. Und das ist natürlich auch genau das, was direkt aus dieser Inklusion folgt. Es werden niemals alle Beziehungen, die in der Automatenäquivalenz auftauchen, sind auch in der Nirod-Äquivalenz vorhanden. Das heißt, man zerschneidet nie Beziehungen. Das heißt, jede solche Äquivalenzklasse besteht aus einer oder mehr von den Automatenäquivalenzklassen. Wir wissen aber auch, dass es nur endlich viele Äquivalenzklassen gab von den Automaten. Und wenn ich also einige von denen vereinige, um neue zu bilden, dann werden es höchstens gleich viele, aber eher weniger Äquivalenzklassen sein, die dann übrig bleiben. Das heißt, der Index der Nirod-Konkurrenz ist kleiner oder gleich dem Index von m. Es werden weniger Äquivalenzklassen, wenn wir jeweils mehrere von ihnen vereinigen, um eine neue zu gewinnen. Und gut, weil der Index also endlich war für die Automatenäquivalenz, ist ja auch endlich für die Nirod-Konkurrenz. Und das ist das, was ich hier zeigen wollte. Und dieser letzte Teil des Beweises ist natürlich letztlich nur eine ganz normale Standardargumentation aus der Mathematik. Das könnten Sie für jegliche Äquivalenzrelationen machen. Das hat eigentlich mit Wörtern gar nichts zu tun gehabt, was ich hier erzählt habe. Wenn eine Äquivalenzrelation als Menge enthalten ist in der anderen, dann ist immer der Index der anderen kleiner gleich dem Index der einen. Und die Endlichkeit wird also auf diese Art vererbt. Okay. Gut, damit sind wir durch. Wir haben es geschafft zu zeigen, dass reguläre Sprachen eine Nirod-Konkurrenz von endlichem Index haben. Und das ist eine sehr, sehr wichtige, sehr, sehr hilfreiche Eigenschaft, die wir noch verwenden werden, um Sprachen zu analysieren bezüglich ihrer Regularität. Okay. Jetzt auf der letzten Folie, die ich Ihnen zeigen wollte, habe ich das Ganze nochmal zusammengefasst, was wir jetzt an verschiedenen Relationen betrachtet haben. Die beiden vom Anfang und jetzt noch eine dritte, die für einen bestimmten Automaten wieder eine Äquivalenz von Wörtern beschreibt. Und ja, Sie sehen weiterhin, all die drei haben sehr viel miteinander zu tun. Die Ideen dahinter sind sehr ähnlich, aber die Details in der Definition sind trotzdem ein bisschen unterschiedlich und wir müssen gut aufpassen, dass wir da nicht allzu sehr durcheinander kommen. Ich hoffe, so diese Übersicht hilft Ihnen. Okay. Alles klar, das war es schon für dieses kurze Video. Wir haben etwas über reguläre Sprachen gelernt und im nächsten Schritt wird es jetzt endlich mal Zeit, dass wir zeigen, dass dieser reduzierte Automat tatsächlich minimal ist und dazu werden wir noch einen neuen minimalen Automaten direkt für die Sprache definieren und dazu auch wieder Dini Road Konkurrenz verwenden. Das sehen wir dann im nächsten Film. Bis dahin. Tschüss und auf Wiedersehen. Ihre Anregungen können Sie wie immer gerne auf GitHub uns schicken oder auch als Kommentar zu den Videos selbstverständlich. Aber hier ist ja disciplin міze esos Und hier ist alles gut. Danke. Tёрne hier. Vielleicht wird es doch auch wieder gut hier PDF oder auf wollen wie immer gesagt. ich habe das acht.